Edward Leroy Shipman. Ein außergewöhnlicher Held. Er rettet einem Menschen das Leben. Aber ist er nun selbst in Gefahr? Deswegen haben sie mich nachts in meinem Zimmer besucht. Zu fünft. Sie haben meine Arme und Beine in das Bett gefesselt und dann... Dr. Frank Morgan. Ein erfahrener Psychotherapeut. Er stößt auf das beängstigende Geheimnis eines Patienten. Er setzt alles daran, die schreckliche Wahrheit herauszufinden, bis er ihr eines Nachts gegenübersteht. Seite um Seite entfaltete sich ein Szenario des Grauens. Ich fand rätselhafte Gebäudegrundrisse, die nicht stimmen konnten. Unscharfe Bilder von Zellen, unter deren Türen dunkle Wasserlachen hervorquollen. Und Sarah Freeman. Die junge Studentin, die erst vor kurzem nach Portaville gezogen ist und die nun für ihre Neugier einen hohen Preis bezahlen muss. Jetzt in geballter Zahl rochen wir sie auch. Es war eine gewalttätige Mischung aus Urin, Fett und altem Männerschweiß, die mir sofort den Magen umdrehte. Entdecken Sie das dunkle Geheimnis einer Stadt. Ich hatte aufgehört zu schreien. Doch die Schreie haben nicht aufgehört. Fotos gefesselter Patienten, in deren Gesichtern nackte Angst stand. Die Männer bewegten sich nicht. Sie starrten uns an und warteten. Die neue Thriller-Serie. Ivan Leon Mengers Darkside Park. History�로 Bewegten Untertitelung des ZDF, 2020